Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich müsste die Kamera auch groß machen, Cringe. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde in Death Run, in Infinity Tower. Das heißt, da kommen immer wieder Level dazu, immer wieder, wenn man ihn spielt. Das heißt, in dem Moment, wo ich ihn gerade hochlade, sind bestimmt neuere Level wieder dabei. Das heißt, ihr könnt den auch spielen. Und jetzt muss ich wieder auf Cringe die Kamera klein machen, weil ich bin gerade auch nebenbei live so, weil ich denke mir so zwei in ein, fliege Miegel. Seht ihr? Und mit dabei heute ist Abby Schwarz. Was kommt jetzt? Alien! Okay, wir starten. Ich hab den Stream schon mal ein bisschen angezockt, aber ich muss sagen, Apfel, respect on you. Deine Sachen werden immer besser, ja. Echt so, ne? Ja, I like it. Hä? Digga, eigentlich dachte ich, ich hab verkackt, aber ich hab's geschafft. Wer zuerst verkackt hat, verloren, Möckern. Ungelungen, wollen wir echt machen? Also nicht verloren, aber der Döner in Hamburg. Ja, okay. Döner in Hamburg, wie du weißt. Ritual. Ritual. Digga, guck mal. Was? Sobald wir Wette draus machen, sind wir auf einmal die besten Spieler der Welt. Ich hör's dir. André verkackt. Ich hab fast verloren, Digga, fast. Oh, wie sexy ist der Death Roll, Mann. Übel nice. Ich weiß gar nicht, wie viel Level der hat. Und wenn wir alles First Try machen, ich weiß nicht mehr, ob wir 10 Minuten kommen. Hat, hat. Football hat, hat. Schreibt mal in die Kommentare euren Lieblingssport rein. Also wenn man Wrestling als Sport zählt, was ich zähle, dann fand ich Wrestling immer geil, Freunde. Früher dachte ich halt auch, das wär real und so. Ich hab das unnormal gefühlt. Ray Mysterio, Digga. Boah, Alter, die Maske abgezogen wurde. Ray Mysterio, Eddie Guerrero, Digga, die waren wild. Wir sind beide nicht einmal gestorben, ne? Eddie Guerrero? Kennst du die nicht? Das ist der von Tekken, Bro. Nein, Eddie Guerrero, das ist der, der gestorben ist in WWE. Hey, wie ist denn der andere? Der beste Freund von Dings. Ray Mysterio. Ja. Hä? Bro, oh mein Gott. Boah, Digga, ich hab dich fast gekillt. Schade. Wir sind schon bei Rotmeckern. Döner in Hamburg. Guck mal, wir werden nicht einmal sterben, Digga. Es geht um Essen, Freunde. Ich schätze, oh. Warte, wohin? Hä? Hey, erfreundlich für die 100-Bit-Kuss. Erfreundlich für die 100-Bit-Kuss. Digga. Digga, Bro. Oh nein. Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht gestorben, ich hab 20 Leben. Hey, nein, nein, ich bin nicht gestorben. Als ob das nicht zählt. Hä, 20 Leben? Ja, und Gewinner bekommt auch Döner, ne? Weil, muss ja ein bisschen Druck hinter sein. Wie, Gewinner bekommt auch Döner? Ja, Gewinner von der letzten, Mann. Ja, okay. Machen wir Doppeldöner. Die musst du aber beide gleichzeitig essen. Ja, okay. Dann kommt Instagram-Storys dazu. Schaffst du zwei Döner? Ich glaube, mittlerweile nicht mehr, ne. Bei mir ist es schwierig. Also, einen dünnen Döner, dann bin ich eigentlich satt. Aber ich könnte noch einen zweiten fetzen. Gar kein Problem. Bro. Du willst gleich, das ist einer der Satisfying-Storys. Die nächsten Sachen machen, die du in deinem Deathrun gemacht hast. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich hab ein Problem im Erkern. Bist du tot? Nein, nein, bin ich nicht. Ich hab Pommesfett aufgesammelt und bin dann runtergefallen, aber nicht gestorben. Respawn. Jetzt muss ich alle... Ne, da bin ich ja tot. Da muss ich alle... Ja, ich kann das nicht mehr schaffen jetzt. Ich bin immer weiter unten, Digga. Ich bin wieder am Anfang. Respawn. Ich muss respawn. Döner. Auf. Oh mein Gott, ich bin dir runtergefallen. Ah, ich glaube, man hat gar keinen Fallschaden, oder? Kann das sein? Doch, man hat Fallschaden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man eigentlich Fallschaden hat. Das heißt... Egal, ich hab Evalon. Hast du Fallschaden oder Fallschaden? Full. Full, full. Full, full. Okay. Das one ist nice gemacht. Stand on X und hit zweimal. Das ist satisfying. Hab ich. Ja, Mann. Richtig satisfying, Digga. Ich bin ganz weit unten jetzt wieder. Okay. Hit it. Hit it. Hä? Bei mir geht's nicht, Digga. Meine Spitzhacken sind zu kurz. Oh, jetzt. Boah, das ist echt nice gemacht. Feier ich. Apfel, Digga. Sehr ehrlich. Hast du safe nicht selber gemacht. Gib zu. Apfel hat ein Team hinter sich, oder? Mir kann tryhard it auch nochmal. Ja, hä? Zwei Töner, Bro. Ja, Digga. Zwei hast du doch schon gewonnen. Ich bin schon einmal gestorben. Ja, aber er sagt auch zwei. Ah, nee, wer gewinnt. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Ich hoffe, du verlierst. Ich hoffe, ich hole dich noch ein. Okay, ich bin runtergefallen. Und auf Check. Ich bin auf den Checkpoint gefallen, Digga. Jetzt muss ich alles von vorne machen. Wie weit ich unten bin. Oh mein Gott. Gute Deathrun, diese. Ich bin durch. Bist du durch? Ja. Ich krieg's nicht hin. Ey, Digga. Oh, ich bin daneben gefallen, zum Glück. Grüß, Mann. Aber ist wild gemacht. Kann man nix sagen. Apfel? Respect. Wie schmucke, was ist denn Melone? Bitte. Ich will jetzt nicht runterfallen. Wir haben wenigstens kein Checkpoint aufgesammelt. Melkant guckt TikTok im Hintergrund. Nein, war aus der Sehns. Tut mir leid. Ich hab unnormale Legs. Why? Achso, komm. Mit Legs. Mit 360. Du hast so Leg gehabt, du hast irgendwas 360 gemacht. Du bist einfach nur nach links. Ja? Geil. Okay. Wir sind, glaube ich, gleich am Ende. Dann spielen wir einfach noch einen Deathrun. Boah, Speedrun Ehre. Der Womb bringt Fluss da mal einen Speedrun 3.0 raus. Okay. Melkant, welchen spielen wir jetzt? Äh, ich würde sagen, lasst Apfels Infinity Deathrun. Okay, Freunde. Wir hatten keine 10 Minuten. Deswegen machen wir jetzt ein Infinity Deathrun noch nebenbei am Rande. Kenn ich schon. Das heißt, ich auch. Deathrun, wo auch einfach immer wieder Level hinzugefügt werden. Wenn das kein Clickbait ist. Man weiß nie. Hund. Heutzutage weiß man nie. Melkant, okay? Hund. Hast du gerade Melkant genannt? Nö, aber jetzt. Okay. Und by the way, Freunde, ich bin immer so gut wie immer live jeden Tag. Zack, auf Twitch. Melkant auch. Wir spielen halt alles, worauf wir Bock haben. Deswegen chillen wir auf Twitch. Also kommt gerne vorbei. A-A-N-D-E-Y-T, genau wie mein Creator-Code. Einfach auf chillig eingeben bei Twitch. Und dann findet ihr mich, Freunde. Ihr wisst doch, wie das läuft. Okay. Zack. Geht um Döner. Zack. Zack. Okay, geht um Döner. Ist doch egal, was sind 31 Jahre. 1000 Sub gibt's. 1000? Ja. Bei 2000 bin ich dabei. Wie viel Geld hab ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich leih mir einfach von Bark. I got no money in the bank. Oh yeah. Geht um Döner. Geht um Döner. Ja, geht um Döner. Geht einfach um Döner, okay? Okay. Oh nein. Oh shit. Hoffentlich stimmt mir kein dabei. Ich weiß, wie das geht. Weißt du auch, wie das geht? Ehrenmann. Oh. Digga. Oh my god. Oh. Digga. Ah shit, man. Oh my god. Ich bin am Rand gelandet, Digga. Hast du es geschafft? Ja. Ey. Okay, jetzt hab ich es auch. Ich hab mich noch gerettet. Ehrenmann? Ich hatte so Angst, ne? Ich hab gesehen, dass ich nochmal gedodget bin. Junge. Ich hoffe, Merkant stimmt irgendwie noch. Okay. Egal. Ich tank den Hit. Ich skipp einen. Oh my god. Hat geklappt. Ciao, ihr. Oh, das war's, Digga. Oh, ich krieg den Döner. Döner, Döner, Döner. Oh, ich krieg ihn ehrlich, Digga. Ich muss halt deinen essen. Aber nur, wenn du in den Sport gehst. Denn ansonsten darfst du nicht essen. Ja, das Geile ist, bei dem Sport, wo ich hingehe, ist ein Dönerladen genau daneben. So ein Döner-Truck mäßig. Oh, das sind immer die wildesten. Immer diese Undercover-Trucks, die irgendwo hinfahren. Diese Food-Trucks. Ich schwörste. Diese Food-Trucks. Hä, was ist das für Geräusche? Idiens. Wir können halt schon Geräusche. Das heißt, er sollte lieber aufhören, am PC zu sitzen. Hä? Ich hab alles ganz vorbei gemacht. Hey, wie redet die mal mit uns, Bro? Ironman. Wir gucken, ob jemand drinne ist. Ist keiner drinne. Megan, du lügst einfach. Bro, ungelogen. Ich hör die ganze Zeit Alien-Geräusche. So dieses... André hat geskippt. Du bist so ein Hässe. Ich hab nicht geskippt. Was laberst du? Ich hab durchgespielt. Ganz normal. Ich schwör auf linke Socke, die mal weg ist? Ja, ich schwör. Bei mir ist immer rechte Socke weg. Weil ich links drinne bin. Okay. Es geht um Döner. Geht's nicht? Doch. Nein. Ich gewinn den Döner gerade. Na, nein. Döner schmeckt noch besser, wenn man ihn nicht selber bezahlen muss. Plus eins. Oh mein Gott. Der echte André. Oh mein Gott, der echte André. Mirkan wird mich niemals wieder einholen, Digga. Das war richtig wild, was ich da gemacht habe. Okay, ich bin down, Digga. Freunde, wenn euch das dir gefallen... Nein. Ich muss es genießen. Ich muss es genießen, Mirkan. Gesundheit. Und da meinst du nur Dings. Und Jump. Und Jump. Und... Warte mal, wir sind doch jetzt auf Null, ne? Ne, ein Döner schulde ich dir noch. Weil du hast ja eben zwei gewonnen. Zwei gewonnen, ja. Ja. Egal. Ich hab Dings ausgeglichen, Freunde. Eigentlich hätte ich ihm zwei kaufen müssen. Jetzt musst du ihn noch einkaufen. Kurz wieder geholt. Oh mein Gott, ich bin es. Nein, bist du nicht. Ich bin es. Okay, sobald Mirkan bei uns in die Nähe kommt, machen wir ab, Mod. Was laberst du? Ich schwör. Der, wenn du das machst, ungelogen, hab ich trotzdem gewonnen. Komm schon. Was mach ich da? Was war das für ein... Zack. Oh mein Gott, mir runtergefallen, Digga. Zack. Easy. André sagt, er wäre gerne mehr. Äh. Mirkan, okay, entspann dich bitte. Wir dürfen nicht eingeholt werden. Das wäre jetzt noch ultra traurig. Weil wir sind so gut gewesen und machen jetzt so dumme Sachen die ganze Zeit. Oh. Okay, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat. Hä? Ich höre mir... Ja, deswegen ja. Du bist gleich bei mir gleich. Oder? Nein, noch lange nicht, Bro. Digga, ich bin ja richtig gut. Mirkan, was ist los? Oh, shit. Das ist bei mir. Mirkan holt mich ein. Zack. Boom, schack. Skip up. Oh mein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Mark, Trenak und Arniff. Ich hab gewonnen, Döner gedacht, nein. Haha, und ciao.